Der Sportwelt TV Wettcheck präsentiert von Pferdewetten.de Montina ist zwar noch nie in Deutschland gelaufen, doch die Formen, die die Stute bei ihren letzten Starts in Frankreich zeigte, sind schon gut. In Straßburg war die Lord of England Tochter bei ihrem Saisondebüt gute Dritte in sicher etwas besserer Gesellschaft. Da sie zudem vom Boden relativ unabhängig zu sein scheint, ist Montina unser Tipp im Neue Welle Auftakt rennen. Viscount Wörth ist zwar mit seinen neun Jahren der Senior im Feld, aber dass er noch gut genug ist, um Rennen zu gewinnen, bewies er noch bei seinem letzten Start, als er in Mühlen mit einer feinen Speedleistung zum Zuge kam. Die heutige Aufgabe sieht nicht viel schwerer aus und zudem hat der Wallach hier in Iffezheim schon so manche Schlacht erfolgreich geschlagen. Viscount Wörth ist deshalb für uns das zu schlagende Pferd im zweiten Rennen des Tages. Wenn die französische Trainerlegende André Fabre ein Pferd nach Deutschland schickt, dann ist immer Vorsicht geboten. Das dürfte bei Pallomp nicht anders sein. Die Stute war bei ihrem vorletzten Start zwar hinter ihrer heutigen Konkurrentin Diana Storm, doch anschließend gewann sie ein Listenrennen über etwas weitere Distanz mit großer Leichtigkeit. Pallomp ist für die deutschen Stuten im Preis der Baden-Badener Hotellerie und Gastronomie deshalb eine ganz gefährliche Gegnerin. Diamant Fee ist nicht nur Bahn- und Distanzsiegerin, sie kommt hier auch mit der Empfehlung von mehreren Platzierungen an den Start. Was besonders für die Stute spricht, ist die Tatsache, dass sie in ihren letzten Rennen sehr unglücklich war. Zuletzt in Mühlheim war ihr in der Zielgeraden gleich mehrfach der Weg versperrt. Wenn der Rennverlauf heute passt, können wir uns Diamant Fee gut als Siegerin vorstellen. Hyper Hyper kommt zum ersten Mal in Deutschland an den Start, denn der Wallach ist bislang ausschließlich in Frankreich gelaufen. Dort gab er in einem vielleicht etwas besser besetzten Rennen als diesem einen guten Saison-Einstand, auch wenn er am Ende nur auf dem sechsten Platz landete. Der Hofer-Schützling blieb dort aber vor Lady Doncaster und könnte bei seinem Deutschland-Debüt durchaus eine Wette wert sein. Die Gäste aus England haben in der Badener Meile in der Vergangenheit nicht selten eine gute Rolle gespielt. Das ist auch heute durchaus denkbar, denn mit Stormy Antarktik kommt ein Gast aus Großbritannien nach Iffesheim, der nach Klasse hier kaum einen Gegner zu fürchten hat. Anfang April gewann der Wallach noch eine Gruppe-3-Prüfung in Frankreich über die heutige Distanz. Besonders wenn der Boden weich ist, könnte Stormy Antarktik die Badener Meile auf die Insel entführen. Anerky hat zwar noch nie ein Rennen gewonnen, doch startet der Wallach, dessen Trainer Piet van Kempen mit seinen Pferden in Iffesheim immer zu beachten ist, heute erstmals im Handicap. Durch sein Saisondebüt in Dortmund, bei dem er den sechsten Platz belegte, sollte er gefördert sein. Und in überschaubarer Gesellschaft halten wir einen Sieg des Vierjährigen für gut möglich. Also heißt es in diesem Rennen, ein Tipp für Sie, Anerky. Die wenig geprüfte Barbara zeigte in Dortmund, dass sie ein Pferd ist, das noch Rennen gewinnen kann. Als zweite war die Stute aus dem Stall von Andreas Wöhler dort sehr deutlich vor der Konkurrenz. Und ihr nächster Treffer ist sicher nur eine Frage der Zeit. Wir glauben deshalb, dass Barbara die Siegerin in diesem Rennen ist. Aira ist zwar noch sieglos, doch so, wie sich die Stute aus dem Stall von Tony Potters zuletzt präsentiert hat, sollte das nicht mehr lange der Fall sein. In Dortmund belegte die Vierjährige über 400 Meter weitere Distanz einen guten dritten Platz. Die heutige Strecke könnte optimal sein. Aira ist deshalb unser Tipp im letzten Rennen des Tages. Untertitelung des ZDF für funk, 2017